Was geht ab Leute, Zane ist wieder da. Nun stehen wir kurz vor Kapitel 920, d.h. wir lösen mal auf in wie weit die Chapter Switches von Kapitel 913 bis 919 zutrafen. In Kapitel 193 kämpfte Zoro erbittert gegen Mr. One. In Kapitel 913 kämpfte wie gesagt Zoro gegen Hawkins. Zwar nicht alleine, aber immerhin. In Kapitel 915 setzte Ruffy sein Königshaki das erste Mal in Wano Kuni ein, so wie er es das erste Mal überhaupt in Kapitel 519 auf Marineford einsetzte. In Kapitel 918 wurde Jack benachrichtigt, dass sich die Strohhutbande auf Wano befindet bzw. das Holden besiegt wurde. Jack macht sich nun auf den Weg zurück nach Wano. Auch in Kapitel 819 kehrte Jack wohin zurück? Zurück. 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 Nach. So. In Kapitel 919 finden wir raus, dass Kinemon und Co. aus der Vergangenheit stammen und sie von Oden in die Zukunft geschuckt wurden, denn ihre einzige Hoffnung liegt auf der Prophezeiung von Odens Frau, welche sagte, dass in 20 Jahren im Mondschein neun Samurai kommen würden und eine neue Dämmerung einläuten werden. Kapitel 199 hatte den Titel Hoffnung. Ja, das ist doch schonmal gar nicht so schlecht. Was sagt ihr dazu? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und morgen bringe ich euch dann die Chapter Switches von Kapitel 920 bis 929. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.